Hallo, ich heiße Klaus Nitzwitz und wir sind hier auf der Motor Show 93 in Essen. Und wenn Sie Lust haben, begleiten Sie mich auf einem Rundgang durch die Messehallen. Hallo, mein Name ist Jim Nielsen und willkommen zu der Essence Motor Show. Ich bin aus Las Vegas, Nevada und ich bin sehr glücklich, dass Sie hier sein. Eine unglaubliche, unglaubliche Show hier, die Sie für Sie vorbereitet haben. Hallo, mein Name ist Uli Richter und ich möchte Sie recht herzlich hier auf der Motor Show in Essen begrüßen und lade Sie recht herzlich zu einem Rundgang auf der Messe ein. Mein Name ist Les Shockley und ich möchte Sie alle willkommen zu der Essen Motor Show. Am ersten Adventswochenende öffnete die Motor Show Essen zum 26. Mal ihre Pforten. Mit durchschnittlich über 300.000 Besuchern an zehn Tagen zählt dieses Großereignis seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Messen Deutschlands. In Essen selbst ist Organisationschef Wolfgang Schöller ohnehin die klare Nummer 1. Sein Konzept war auch 1993 denkbar einfach, für jeden Geschmack etwas. Rund 550 Aussteller aus 19 Ländern machten mit und belegten ein 90.000 Quadratmeter großes Areal, das sich auf 18 Messehallen ausbreitete. Der tatsächliche Platzbedarf war damit noch nicht einmal vollständig gedeckt. Herzstück der Motor Show war einmal mehr der Showcenter, besser gesagt die Showcenter, denn zum ersten Mal präsentierten sich Automobile und Motorräder räumlich getrennt. In Halle 3 stellte sich die vierrädrige Zunft zur Schau. Hier gab es schnelle, verrückte, klassische oder einfach unbezahlbare Fahrzeugjuwelen zu bestaunen. Das diesjährige Motto lautete, Automobile Sensationen im Zauber der Manege. 120 seltene Exponate ergaben im Zusammenspiel mit authentischen Zirkusrequisiten, aufwendigem Messebau und spektakulären Spezialeffekten eine international einmalige Autotraumwelt. Doch was wäre das mobile Disneyland des Wolfgang Schöller ohne besondere Akzente? Ein interessantes Einzelthema waren neun Veteranen der berühmten Mille Mille. 30 Jahre lang zog dieses auf kurvigen Landstraßen ausgetragene Sportwagenrennen unzählige Zaungäste in seinen Bann, ehe 1957 Schluss war. Große Namen wie Caracciola, Novolari, Askari oder Graf Berge von Trips schrieben bei dieser historischen Veranstaltung Renngeschichte. Die Erinnerung an ihre Erfolge wurde 1993 nochmals hoch gehalten. Seit Jahren gehört zum Autopalast die Präsentation von außergewöhnlichen Unikaten eines speziellen Fahrzeugtyps. Zuletzt stand die amerikanische Chevy Corvette im Rampenlicht. 1993 ging es in dieser Hinsicht britischer zu. Sieben Varianten des legendären Mini sorgten für Aufsehen. Der Automobil historisch allenfalls mit dem VW Käfer zu vergleichende Kleinwagen wird seit 1959 gebaut und erfreut sich einer nach wie vor treuen Fangemeinde. Schon seit mehr als einem Jahrzehnt ist Jay Orberg Stammgast bei der Motor Show. 1993 sorgte der verrückte Kalifornier mit fahrbaren Comicfiguren für Furore, die zusammen mit der Filmgesellschaft Warner Brothers gebaut wurden und in Essen Weltpremiere feierten. Automobile Zukunftsmusik hat im Showcenter Tradition. Vorgetragen wurde sie einmal mehr von international anerkannten Designbüros, die ihre exklusiven Einzelstudien einer interessierten Öffentlichkeit präsentierten. Viele Trends und Problemlösungen von morgen waren hier bereits Wirklichkeit, auch wenn manches eher gewöhnungsbedürftig anmutete. Das Mecca für Oldtimer-Freunde aus aller Welt war auch in diesem Jahr Pebble Beach in der Nähe von San Francisco. Die 150 schönsten, erlesensten und seltensten Autoklassiker trafen sich im August zu einem Concours d'Elegance. Einige prämierte Exemplare traten im November die weite Reise nach Deutschland an. Teilweise repräsentieren diese rollenden Juwelen einen Wert von über einer Million Mark. Das älteste Modell war ein Rolls-Royce Silver Ghost aus dem Jahre 1911. Sie sehen hinter mir eine Kollektion von Posten, die ich gemalt habe für verschiedene historische Rennen. Autos sind mein Leben, sagt George Ferreira Basso, Chefdesigner für Farben und Innenausstattung bei Opel in Rüsselsheim. Der gebürtige Argentinier vertrat 1993 das künstlerische Element im Autopalast der Motorschau. Seine Werke widmen sich vor allem klassischer Fahrzeuge und historischer Rennen. Aber auch die Helden der Neuzeit lassen den 50-jährigen Impressionisten zur Pastellkreide greifen. Angesichts der Fülle seiner ausgestellten Arbeiten ist nur schwer zu verstehen, dass Ferreira die Malerei eigentlich nur als Hobby betrachtet. Auch wenn der deutsche Rico Antis 1993 in Santa Port einen missverständlichen Eindruck vermittelte, seine Faszination bezieht der aus den USA stammende Dragster-Sport keinesfalls nur aus haarsträubenden Unfallzähnen. Vielmehr beeindruckt das Fahrzeugmaterial, das mit technischen Daten der Superlative ausgesprochen großzügig umgeht. Nicht nur leistungsstarke Verbrennungsmotoren sind gefragt. Groß in Mode sind auch waschechte Jet-Triebwerke aus dem Flugzeugbau. Fünfstellige PS-Zahlen sind alles andere als eine Seltenheit. Atemberaubende Beschleunigungswerte das Ergebnis. Drei außergewöhnliche Konstruktionen waren 1993 stellvertretend für eine ganze Motorsportdisziplin in Essen zu Gast. Unter ihnen die Mercedes 500 Jet-Limousine des aus der Spielerstadt Las Vegas stammenden Jim Nielsen. Ja, sagt er. Dies ist ein über 9 Meter langer Mercedes, der rund 18.000 PS leistet. Das Jet-Triebwerk trägt die Typenbezeichnung Westinghouse J-34 und kommt direkt aus einem Kampfflugzeug der Armee. Doch auch in Deutschland ist die Viertelmeile zwischenzeitlich ein Begriff. Selbst wenn hier die Devise, weniger ist manchmal mehr, vorherrscht. Ab 17. und 18. September des kommenden Jahres steigen auf dem Nürburgring die zweiten All-American Days. Hier sind die etwas zivileren Vertreter der Dragster-Zunft am Start. Zander 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 Hallo Deutschland. Wir sind hier auf der Motor Show in Essen. Und das schon zum sechsten Mal. Wir kommen aus Daytona, Florida, wo wir jedes Jahr eine große Chopper Show veranstalten. Wolfgang Schöller ist bei der Prämierung der 25 schönsten Bikes immer mit dabei und bringt sie anschließend nach Deutschland. Wir sind in Halle A1 und hoffen auf regen Besuch. Auf Wiedersehen. Dieser freundliche Herr am Mikrofon ist Carl Smith, in Bikerkreisen besser als Big Daddy Rat bekannt. Erstmals erwartete der Boss der berühmten Red Soul Custom Chopper Show von Daytona Beach im amerikanischen Bundesstaat Florida seine Anhängerschar in Halle 1A, dem Untergeschoss der Messe. Die ausgestellten Motorräder, nur in den seltensten Fällen einmal nicht auf Harley-Davidson-Basis entstanden, repräsentieren zusammen einen Gegenwert von stolzen 700.000 Dollar. Teilweise bauen die stolzen Besitzer ihre aufwendigen Einzelstücke ausschließlich für das weltweit größte Zweiradspektakel auf. Schon die Namen der Exponate lassen auf Einfallsreichtum schließen. Ob Terminator, Beach Bomb oder White Knight, jede Kreation fand ihren Bewunderer und manchmal sogar Nachahmer. In direkter Nachbarschaft zum Showcenter Motorrad befanden sich nämlich zahlreiche Händler, die stilechtes Material für den Hausgebrauch anboten. Ob sie in Sachen Exklusivität allerdings mit ihren Vorbildern aus den USA Schritt halten konnten, bleibt eine offene Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der ZDF für funk, 2017 Doch nicht allein die klassischen Tuner-Lieblinge von Opel, Volkswagen und Co. gaben sich die Ehre. Sowohl mit aktuellen Kompakt- und Kleinwagen internationaler Herkunft als auch anhand zeitloser Sportwagen oder Limousinen bewies man Kompetenz. Natürlich standen nicht allein Komplettfahrzeuge zur Auswahl. Fast jeder Anbieter präsentierte seiner Klientel ein maßgeschneidertes Baukastensystem, je nach Dicke des Geldbeutels. Und weil der bei manchem Messebesucher zu vorsichtigem Umgang mit dem sauerverdienten Inhalt mahnte, begnügten sich mehr Interessenten als sonst mit dem bloßen Hinsehen. Geboten bekamen auch sie eine ganze Menge, insbesondere zahlreiche Neuerscheinungen, die in Essen Premiere feierten. Große Namen und hochkarätige Technik, die von Bodo Buschmann und seinen Vorstandskollegen inszenierte Tuner-Show, war für viele Beobachter weniger Verkaufsmesse, sondern eher gute Unterhaltung auf hohem Niveau. Beobachter Glachain Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was wäre der Winter Grand Prix von Essen ohne aktuelle Exponate der zurückliegenden Rennsaison? Technikbegeisterte erhielten auch 1993 bei der Motor Show ausreichend Gelegenheit, die erfolgreichsten Konstruktionen des Jahres aus nächster Nähe zu begutachten. Besondere Akzente setzten hierbei die zukunftsweisenden Fahrzeuge der neu geschaffenen GT-Kategorie, die besonders zahlreich zu finden waren. Deren Piloten, wie hier das beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans erfolgreiche Porsche-Trio Dirk Ebeling, Karl-Heinz Vlazic und Uli Richter, waren natürlich auch vollzählig anzutreffen. Nicht nur sie warteten mit interessanten Eindrücken aus dem Cockpit auf, während hinter den Kulissen fieberhaft über bevorstehende Projekte verhandelt wurde. Kein Wunder, dass in zehn Messetagen zahlreiche Gerüchte, Tatsachen und Halbwahrheiten die Runde machten. Nicht umsonst genießt die Motor Show den Ruf einer erstklassigen Informationsbörse. Unter Fahrerkollegen lautete die Standardfrage wieder einmal, Hast du schon einen Vertrag unterschrieben? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Formel 1 Zirkus gab sich zumindest in Form der sechs herausragendsten Wagen des Jahres die Ehre und auch der Erfolg des Briten Nigel Mansell bei den amerikanischen Indicast zeigte Wirkung. Der Penske Chevrolet seiner härtesten Verfolger Amazon Fitchipaldi und Paul Tracy stand ebenso im Rampenlicht wie sein eigener siegreicher Lola Ford. Ein angekündigter Ehrengast wurde allerdings schmerzlich vermisst, Michael Schumacher, Star unter Deutschlands Motorsportland schlechthin. Unmittelbar nach dem Finalrennen im australischen Adelaide hatte sich der Kerpener einer Knieoperation unterzogen und musste auf einen Besuch im Revier verzichten. Der Sieger des großen Preises von Portugal war dennoch allgegenwärtig, wie hier bei einer Kunstpräsentation mit der amtierenden Miss World. Vertreten ließ sich Schumi von seinem früheren Ziehvater Jürgen Dilk. Viele, viele Grüße an alle seine Fans. Den hohen Stellenwert der Motorschau Essen unterstrich auch die fast vollzählig versammelte Automobilindustrie, die entweder selbst oder durch ihre Importeure hauseigene Produkte einem meist jungen Publikum vorstellte. Knapp 30 internationale Markennamen waren bei der 26. Auflage dabei, unter anderem auch ein deutsches Unternehmen, das nach längerer Abwesenheit ins Revier zurückkehrte. Die Präsentation innovativer Technik auf großzügigen Ständen lockte jedoch nicht nur potenzielle Käufer. Aufkleber, Anstecknadeln und hochglänzende Prospekte waren wie so oft begehrte Sammlerartikel, insbesondere bei jüngeren Semestern. Die Fachwelt spricht in solchen Fällen von Multiplikatoren und ist ebenso zufrieden. Denn irgendwann wandeln sich die Souvenirjäger von heute zu Autokäufern von morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Sonderpräsentation des Ausstellungsbereichs Classic Cars widmete sich der bewegten Geschichte des 1963 erstmalig produzierten Mercedes 600, eines luxuriösen Repräsentationswagens vergangener Tage. Auch sonst stand die ehemalige Showhalle 6 ganz im Zeichen älterer Exponate, die sich als liebenswertes Anlageobjekt einer zahlungskräftigen und aus aller Welt angereisten Kundschaft anboten. 1993 standen rund 400 Autoklassiker zur Auswahl. Die Preisvorstellungen reichten von eher bescheidenen 15.000 Mark bis zu stolzen 1,5 Millionen. Natürlich zog dieser gut bestückte Markt auf internationalem Niveau nicht nur Kaufinteressierte an, sondern auch sogenannte Kiebitze. Bei dieser Spezies handelt es sich, sie vermuten es schon, jedoch nicht um Vertreter der Tierwelt, sondern um Oldie-Liebhaber, die einfach nur schauen und nicht bis zur Techno-Klassiker im Frühjahr 94 warten wollen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Selbst wenn sich einige neuere Modelle darunter mischten und das weite Feld der Exclusive-Cars anführten, eines hatten diese erlesenen Automobile gemeinsam. Zur bloßen Fortbewegung waren sie eigentlich immer schon viel zu schade. Ihr Erhaltungszustand schlug sich in Essen jedoch nicht allein in Mark und Pfennig nieder. Ein traditioneller Concours d'Elegance kürte die schönsten Exemplare der großen Sonderschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Freiheit auf zwei Rädern versprachen zahlreiche Motorradhersteller, auch wenn ein plötzlicher Wintereinbruch im Vorfeld der Motorschau nicht unbedingt dazu ermutigte. Richtigen Enthusiasten bleibt in der kalten Jahreszeit ohnehin nur die Vorfreude auf den nächsten Sommer. In der Zwischenzeit deckt man sich mit sinnvollen Accessoires oder bunt bebilderten Katalogen bevorstehender Neuanschaffungen ein. Im Gegensatz zu ihren vierräderigen Kollegen betrieb die Motorradbranche in dieser Hinsicht jedoch einen eher zurückhaltenden Aufwand. Alle Jahre wieder ist die Motorschau Essen auch für die Printmedien ein letzter Wart. Wer eine Alternative zu Krawatte oder Socken suchte, konnte auch 1993 aus einer reichhaltigen Palette vom informativen Buch bis zum Jahresabonnement wählen. Darüber hinaus war vom mehr oder weniger sinnvollen Zubehörartikel bis zum handsignierten Kunstwerk alles vertreten, was Autofahrerherzen höher schlagen und Kassen klingeln ließ. Nicht nur hier wurde überdeutlich, Spaß an individueller Mobilität war auch weiterhin gefragt. Im kommenden Jahr wird es bereits zwei Wochen früher als erwartet heißen, Welcome to the Motor Show. Daran schuld sind jedoch ausnahmsweise nicht findige Marketingstrategen der Industrie, sondern die Politiker des EG-Gipfels, der 1994 nach Essen kommt. Untertitelung des EG-Gipfels Untertitelung des EG-Gipfels